Sena Hojjam, können Frauen das rituelle Gebet barfuß verrichten? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Frauen dürfen das rituelle Gebet barfuß verrichten, denn nach der hanifitischen Rechtsschule gehören die Füße nicht zu den Körperstellen, die zu bedecken sind. Sie sollten aber darauf achten, dass ab ihren Fersen aufwärts alles bedeckt ist. Da es aufgrund der Gebetsbewegungen schwer ist, diese bedeckt zu halten, ist es empfehlenswert, dass sie ihre Füße beim Gebet vorsorglich bedecken. Möge Allah uns die Möglichkeit gewähren, unsere Gebete so zu verrichten, dass sie angenommen werden. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alemin.